Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die zufällige Fahrzeug-Challenge. Und das Mystery-Rad hier, das wird auswählen, welches Fahrzeug wir bekommen werden. Erlaubt sind nur Kills mit oder auf dem Fahrzeug. Und das Ziel am Ende ist natürlich der epische Sieg. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Und tragt gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Ach, und was denkst du eigentlich, mit welchem Fahrzeug holen wir den epischen Sieg? Schreibt gerne in die Kommentare rein. Okay, Freunde, erste Runde. Wir drehen das Mystery-Rad und mal gucken, was wir bekommen. Es ist der Panzer. Okay, Freunde, erste Runde. Wir müssen mit dem Panzer spielen. Das heißt, jeder Kill, den wir machen, muss mit dem Panzer sein. Mal gucken, ob wir damit einen epischen Sieg holen können. Ich meine, das ist auch das stärkste Fahrzeug. Wenn wir das nicht schaffen, mit welchen denn sonst? Genau. Das Gute ist, Freunde, ich habe schon einen kleinen Plan, was wir machen. Und zwar gehen wir beim Daily Bugle runter. Denn ihr wisst es ja vielleicht, es gibt da so einen kleinen Trick. Und zwar kann man mit dem Panzer ganz einfach die ganzen Gebäude hier kaputt machen. Und das Gute ist, wir werden dann massig Loot dabei haben. Ich sage euch, das wird so einfach werden. Alle aus dem Weg. Hier kommt Panzerfahrer Wannabe. Der reißt jetzt die ganzen Häuser hier ab. Lauf, Bruder! Hallo, Dr. Doom. Ne, warte, aber da ist der Dr. Strange. Oh, das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Ey, was machst du denn hier? Ey, Leute, John Wick ist am Start. John, kannst du bitte aus dem Fahrzeug rausgehen? Ey, was soll denn das? Äh, ich glaube, ich habe einen neuen Freund gefunden. Hey, was ist jetzt hier los? Dr. Strange gegen Dr. John Wick? Okay, er hat ihn gekillt. Danke dafür. Scheint korrekt zu sein. Hör, wer war das denn? Lol. Da war einfach Maxi-Feier. Hau rein, Bruder. Wir werden jetzt einfach alles abbauen. Mir doch egal. Wenn dein Kumpel sein will. Ey, was macht der da? Hör, wie kann der sich im Panzer heilen? Leute, habt ihr das gesehen? Was ist denn mit dem los? Der ist ja richtig drauf. Wir bauen hier alles ab. Ey, das ist noch einer. Bleiben Sie stehen. Sie sind verhaftet. Bleib stehen, du kleiner Schlingel. Dann werden wir ausschalten. Der wird uns Hilfe holen. Der darf nicht erfahren, dass wir teamen. Geh drauf, Junge. Schnapp ihn dir. Hä, wo ist der hin? Nein, der haut ab. Lol, der hat das Haus übersprungen. Der will Weltrekorde brechen. Das kann ich leider nicht zulassen, Bruder. Das gehört mir. Wo ist der hin? Hä, der ist hier drin. Kill ihn. Was tust du denn? Ey, warte mal. Das war John. Okay, das ist echt ein bisschen feindlich. Ey, der sammelt schon Sachen ein. Lass meine Sachen liegen, John. Mir geht es ja wohl ein bisschen zu gut. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Nein. Okay, wir haben es geschafft. Let's go. Lol, der ist ja der korrekteste von allen. Ey, shit. Ich will dich gar nicht angreifen. Steig ein, Alter. Let's go. Ihr knärt jetzt die Runde. Ey, das wird die eiferste Runde von allen werden. Nicht nur, dass ich einen Panzer dabei habe. Ich habe auch noch meinen Freund John Wick hier am Start. Und ihr wisst, der ist absolut dürr. Wenn es darauf ankommt, wird er hier alle ausschalten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kills er schon am Start hat. Ey, John, da ist einer. Bleib mal stehen. Oh, äh, das war nur ein Hütchen. Mein Fehler. Ey, das gibt's nicht. Ich habe nicht einen einzigen Kill, Freunde. Und die ganze Zeit fährt der Johnny mich hier rum. Was er macht? Der tankt einfach dem Wagen nach. Er ist einfach der korrekteste von allen. Arbeitest du zufällig hier an der Tanke? Nicht, dass du mir gleich Sprit andrehen willst oder so. Das ist voll teuer, Alter. Geh mal weg. Ihr Blutrager. Ich brauche dringend Gegner. Das ist voll langweilig. Boah, da fighten welche, John. Fahr den Panzer, Bruder. Was meint der eigentlich? Sind die Panzer nächstes Season noch drin? Boah, wartet mal, das Gegner. Den machen wir platt. Mein erster Kill. Was machst du hier? Ey. Nicht hin und her. Bleib stehen, Junge. Okay. Er hat reingehauen. Reingehaut. Wiederschaut. Hau rein. Ey, der schießt auf mich. Egal, das ist so ekelhaft. Ich spiele einfach zwei gegen eins. Ey, das ist so abartig. Ich habe einen Panzer und Team gerade noch. Ey, das kannst du keinem erzählen. Ey, meldet mich mal nicht bei Epic Games, Freunde. Das bleibt ein Geheimnis unter uns. Bist du bescheuert? Greift der mich jetzt an? Bist du höre? Du greifst doch kein Panzer an, oder? Guck mal, da vorne ist er. Tschüss, der trifft ja auch voll. Oha. Okay, ich bin tot. Ich hab schon den Frodo gekillt. Was? Er hat den Ring dabei, oder? Mach keinen Scheiß. Ey, John, Alter, du musst mich rächen. Töte ihn. Er wird die Runde gewinnen. Lol. Er teamt jetzt einfach mit ihm zusammen, oder was? Wie ekelhaft. Nein, tut er nicht. Lol, der hat voll die Bombe verpasst. Oh mein Gott. Ich muss das sehen. Wird John das Ding gewinnen, oder nicht? Ey, wie krank ist das bitte? John, Alter, räche mich. Auf, korrekt. Boah, der ist voll aggressiv. Lol. Er geht wirklich auf ihn drauf. Ha ha. Er hat ihn. Let's go. Er ist der Heftigste. Freunde, lasst mal ein Like für John Wick da. Ey, der hat ja krass abgeliefert. Locker, der gewinnt die Runde. Aber wir haben keine Zeit dafür, denn wir gehen in die nächste Runde rein. Und mal gucken, welches Fahrzeug wir diese Runde bekommen werden. Nächste Runde, Freunde. Wir drehen wieder am Mystery-Rad. Welches Fahrzeug werden wir bekommen? Es ist der Battle-Bus. Oh mein Gott. Okay. Das ist das zweitbeste Fahrzeug. Und es läuft ja heute richtig. Was ist denn los, ha? Ihr wisst selber, ich bin vom zweiten Beruf her Busfahrer. Nein, Schwarz bin ich nicht. Nachher glaubt das noch irgendeiner. Ich bin noch nie einen Bus gefahren. Let's go. Hä? Hauptsache, ich finde einfach direkt einen Battle-Bus. Ich schwöre es euch, ich war gerade in der Runde drin. Und da war überhaupt keiner. Ich habe gedacht, die wären deaktiviert worden oder so. Ist ja jetzt nichts Neues, wenn wir Challenges machen. Wer ist da? Komm mal raus. Hä? Der landet jetzt erst? Was machst du denn da oben auf dem Baum, Alter? Dem geht es auch nicht gut. Das waren schon zwei Easy-Kills. Und nein, der ist im Panzer drin. Ey, dafür bin ich nicht bereit. Wir müssen erstmal Sachen suchen. Panzer gegen Battle-Bus geht ja gar nicht klar. Gib uns irgendwas Gutes. Raketenwerfer darf ich eh nicht benutzen. Ey, ich heil mich jetzt gleich erstmal. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn der einmal auf mich schießt, ich bin sofort tot. Wo ist der? Guck mal, der chillt da vorne. Da ist jetzt kein Freund dabei. Lol, der hat den einfach gekillt. Ich habe zwei verschiedene umgelegt. Okay, Digga. Das ist den Battle-Bus-Wahrrad-Ruhe. Oh mein Gott, ich habe die Klappe weggeschossen. Werden wir den Kampf gewinnen? Oder nicht? Ich bin bereit. Auf geht's. Aber was soll ich überhaupt draufschießen? Ich habe einen Platten. Ey, ich schwöre, der Battle-Bus ist ja viel besser. Okay, ich bin voll. Let's go. Den schnappen wir uns. Battle-Bus versus Panzer. Das ultimative Duell. Gut, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Sowas kriegt ihr sonst nirgendwo zu sehen. Den schnappen wir uns jetzt. Ich ramme den einfach. Nimm das hier, Junge. Jeder andere ist auch tot. Boah, den haben wir gleich. Aus dem machen wir Kleinhäusch, Freunde. Das Problem ist halt nur, wenn er mich einmal trifft, sieht es echt böse aus. Ich dreh doch eine Runde. Meint ihr, dem können wir einen Finisher verpassen? Lol, der ist ja voll down. Oh mein Gott. Alles klar, Digga. Er hat mich einfach voll getroffen. Ich muss erst mal den Bus reparieren. Was war das? Hab ich einen gerammt? Ist hier einer? Hau mal lieber raus, wenn du Ärger machen willst. Nein, der Panzer ist kaputt. Hä? Hä? Wo ist der hin? Schält er hier noch irgendwo? Ey, ich schieße einfach vom kaputten Panzer drauf. Ey, ich bin so lost einfach. Das gibt es gar nicht. Ey, da läuft der Frechdachs. Los, Kind, bleib stehen, du Panzerfahrer. Du alter Dulli. Du hast keine Chance gegen mich. Der will einfach noch looten. Du spinnst ja wohl. Mach keine Faxen hier. Ich hab dir direkt von Anfang an gesagt, mach das lieber nicht. Ey, ich hab dir fast gerammt. Verwalter! Ich will mich nicht mit den Sieben anlegen. An unserem Bus geht's gar nicht gut. Falls der Bus kaputt geht, können wir uns noch einen neuen holen. Sollten wir am Ende keinen mehr haben, haben wir natürlich die Runde verloren. Ist ja wohl ganz klar. Wir können ja keine Kills mehr machen. Hä, wo ist der Typ? Scheiß, aber ich repariere erst mal. Reparatur Meister Wannabe. Wollen Sie etwas kaufen? Wollen Sie etwas reparieren? Ich mach ihn teuer. Kein Problem. Hä, wo ist der Typ? Lol, der wird wieder geholt. Machen Sie Platz. Wir machen den Weg frei. Der Arme. Ey, das war sogar ziemlich smart von dir, Alter. Bleib stehen, Bruder. Du weißt doch selber, was passieren wird. Bruder, muss los. Du willst nicht, dass ich richtig sauer werde? Den schnappen wir uns jetzt. Der macht mich richtig aggressiv hier. Was war das denn? Das sah aus wie ein Spieler, war einfach ein Rabe. Boah, mal raus, Bruder. Ich will nur mit dir reden. Wir können auch zusammenspielen. Wir sind auch Plätze frei. Wie sieht's aus, hä? Mach mal piep piep, kleines Vögelchen. Lol, der hält sich hier einfach. Ich hab die Wand weggemacht. Bleib stehen, Bruder. Ey, der hat ja gar keine Chance. Ja gut. Das läuft ja gar nicht schlecht für uns. Vier Kills am Start. Dem Bus geht's relativ gut. Ich hab nur einen kleinen Dachschaden. Das läuft auch besser, als es sein könnte. Äh, aufgepasst. Ich mach einen Unfall. Ey, wartet mal. Wir müssen den Bus ja noch voll tanken. Klappt das hier überhaupt? Ey, mach mal Platz hier mit deiner reichen Nobelkarre. Ich will meinen Bus hier abstellen. Oh, ich darf das Ding nicht in die Luft jagen. Äh, ich mach hier gerade gar nichts kaputt. Das ist alles in Ordnung. Tschüss, die ganze Tankstelle ist weg. Das darfst du doch keinem erzählen hier. Wir tanken nur schnell durch und dann verpissen wir uns wieder. Klappt das? Let's go. Okay, das ist super langweilig. Ich sag euch, ich seh gerade meine Zukunft, meine Vergangenheit und die Gegenwart. Hier passiert ja gar nichts. Ja, gut. Dann steigen wir wieder ein. Mal gucken. Oh mein Gott. Ob wir ein paar Dullis mitnehmen können. Das ist doch der Dulli-Truck. Hallo, Freunde. Ich bin's. Der mit dem Truck. Ey, da vorne ist einer. Ey, was prügelt ihr euch hier? Aus dem Weg. Ich hab ihn aus der Runde geschossen. Tschüss. Er ist gedockt. Ich glaub, der andere ist auch tot, oder? Ey, das waren zwei Hits. Was ist mit dir hier? Willst du auch Ärger machen, oder was? Der Bus ist leider schon voll. Der fährt jetzt gleich in die Halt-die-Schnauze statt. Das ist doch eine Schnauze! Guck mal, wie der sich verstecken will. Hey, bleib einfach stehen. Was sind denn das für Gegner heute? Loll, der kann mit dem Auto nicht mehr wegfahren. Ey, der ist One-Shot. Bleib mal stehen, Bruder. Ich muss eine Runde gewinnen. Gönn doch mal den Busfahrer. Locker das so einer, der kein Trinkgeld gibt. Guck mal, wie der abhauen will. Du kannst dem Bösen nicht hinkommen. Und schon gar nicht dem Busfahrer. Ey, der hat einen Hänger. Alles klar, Bruder. Also da kann ich nichts für. Das war dein Internet. Ich konnte leider nicht mehr bremsen. Mein Führerschein, der stammt aus Fortnite. Ey, das gibt's doch gar nicht. Achtung aus dem Weg. Ich kann nicht bremsen. Spaß mach ich extra. Wir wechseln jetzt mal den Bus. Denn der Bus, wo wir jetzt einsteigen, das ist der Partybus. Da gibt's nur Action. Von dem Dullibus in den Partybus. Will jemand einsteigen? Ja, ich muss raus. Irgendjemand? Wir haben sieben Kills. Überleg mal, wir schaffen eine 20er-Bomb am Ende mit dem Battle Bus. Dann kann ich auch direkt in Season 4 anfangen. Was ist mit dem hier? Leute, das ist mein R2. Ich bin Weltmeister. Zockerstange, was machst du denn hier? Äh, das war ich nicht. Du bist ja den Schuss reingelaufen, Zockerstange. Der wisst es vielleicht ja nicht. Aber das ist mein R2. Den habe ich jetzt schon mehrere Male auf der Karte gesehen. Und es steht aktuell unentschieden. Der Typ ist absolut Ellos Locos. Der ist total verrückt. Leute, die haben Helikopter dabei. Einfach das nächste Duell. Nach dem Panzer kommt der Helikopter. Und er geht in die Luft. Oh mein Gott. Hallo, Jungs. Das tut mir wirklich leid mit dem Helikopter. Kannst du bitte draußen bleiben? Oh Gott, der hat diese heftige Waffe am Start. Der hat mir das Ganze gewonnen. Oha, das ist zu knapp. Ich will nicht drauf gehen. Er ist schon mal down. Jetzt kommt der auch angelaufen. Ey, mach keinen Ärger. Lass den Bus in Ruhe, Junge. Ey, das war ganz schön knapp. Das war unser erster richtiger Fight hier, glaube ich. Boah, ich liebe dieses Teil. Guck mal, der Bus ist einfach schon wieder fast ganz. Let's go. So, den tanken wir jetzt noch einmal voll. Dann reparieren wir das Teil und dann gewinnen wir ganz easy die Runde. Spaß, das habe ich gerade auch schon gesagt. Wir haben einfach verloren. So, jetzt ganz langsam ranfahren. Ganz vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Dann macht es mal gut, ne? Ich werde das nicht bezahlen dir. Die Spritpreise sind mir zu teuer. Nur eine? Okay, die zweite ist auch hochgegangen. War es das schon? Okay, das war es noch lange nicht. Alles klar. Ey, ich bin so ein Feuerteufel. Oh mein Gott. Er hat mich nicht. Ich war das nicht. Mal gucken, ob wir noch welche finden hier. Es gibt immer so Spätzünder, die noch reinkommen. Hallo, Freunde. Wollt ihr noch einen dritten Freund haben? Ich fahre jetzt einfach da durch. Oh mein Gott. Tschüss, der hat sich da geheilt. Guck mal, der versteckt sich dahinter. Bleibt da mal stehen. Er ist ein One-Shot. Nein, er ist weggeriftet. Muss hinterher. Kann man mit dem Battleboost überhaupt driften? Und drei bitte uns. Ja, natürlich geht das. Ich habe das schon mal getestet. Das war aber keine so gute Idee. Der arme Baum ist einfach draufgegangen. Was macht der denn da? Hallo, Bro. Tötest du an Wasser? Tötest du nach dem Arbeit? Das ist so gut, der Typ, der eben mal gekillt hat. Ich habe es genau gesehen. Du bist ein eiskalter Killer. Du kannst ja gerne ausweichen. Mal schauen, ob du es schaffen wirst. Spaß, er hat ja gar keine Chance. Wollte jetzt noch einer. Alter, wie viele Gegner sind hier? Ich werde langsam richtig irre. Da hinten ist auch noch einer. Alter, wie viele Gegner? Was passiert denn hier? Mach den Weg frei, Junge. Ah, pisse ich aller. Versteckt sich einer neben dem Bus? Kann das sein? Das ist überhaupt nicht gut, dass Wolverine. Äh, hä? Wo ist ein Typ hin? Loll hat ihn gekillt. Da vorne ist auch noch einer. Ein Problem, Wolverine. Wir arbeiten einfach zusammen. Wir gehen durch dick und dünn. Ey, wer macht hier Platten in meinen Bus? Ich habe ihm zwar gesagt, wir sind Freunde, aber in Wahrheit sind wir Feinde. Ich habe ihn jetzt von hinten an. Tut mir leid, Bruder. Du musst jetzt leider drauf gehen. Du musst eine Runde gewinnen. Guck mal, er schießt sogar dreckig auf den Bus. Der hat dir gar nichts getan. Let's go, Bruder. Wir sind wieder am Start. Sechs Gegner nur noch. Da hinten ist er sogar. Den schnappen wir uns. Wolltest du den Busfahrer platt machen? So einer bist du also. Boah, ich habe gleich keinen Treibstoff mehr. Nein. Ich kann gleich nicht mehr weiterfahren. Wir müssen hier anhalten. Ich kann nichts mehr machen. Bleib stehen. Bleib stehen. Kein Bruder. Oh oh. Nein, 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 nein. Komm, schau, geh drauen. Let's go. Er wollte gerade abhauen. Wir können nichts mehr machen. Ich kann das Ding gleich nochmal reparieren. Das Problem ist, wir können nicht mehr weiterfahren. Die Spritmenge ist halt überheftig low. Und ich weiß nicht, wenn der auf 0 geht. Wenn der auf 0 geht, wir können uns nicht mehr bewegen. Ich kann nichts machen gegen die beiden. Wenn ich jetzt drauf schieße, kann ich sie nicht verfolgen. Will ich trotzdem schießen? Sagt schnell. Schreibt in die Kommentare rein. Spaß, ich schieße einfach. Das war dumm, oder? Das war richtig dumm. Sag mal, Wannabe ist dumm. Also, als ob hier keiner checkt, dass ich im Bus drin bin. Juckt das hier keiner, oder was? Bestes Versteck EU-West. Einfach der Battle-Bus. Ich schwöre, hier laufen Leute rum, die denken einfach, das wäre der Bus vom Himmel. Die sind total lost. Oh, da vorne ist einer. Die schießen auf ihn. Nein, er ist alleine. Und er ist tot. Es ist ein 2-on-1. Ich muss die angreifen. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Klombo, Alter, du musst mir jetzt helfen. Ich werde das sonst nicht hinkriegen. Wir werden jetzt mit dem Klombo fliegen. Battle-Bus. Geh jetzt wirklich in die Luft. Und los geht es. Oh mein Gott, ich bin so hoher in der Luft. Aber ich kann die nicht treffen. Das war dumm. Nein. Die denken jetzt, er kommt vom Himmel, oder? Ey, was macht ihr da hinten? Ich checke ja gar nicht, dass ich da bin. Oh, oh. Ich muss einfach den ausschalten. Komm schon, Bruder. Geh down. Er gibt dich einfach. Jetzt snipe ihr doch auf mich. Ich werde die angreifen. Jetzt kommt es drauf an. Werden wir das Ganze gewinnen? Oder werde ich verlieren? Ich bin nicht bereit für eine neue Runde. Ich schieße den zur Not aus der Runde raus. Nimm das hier, Junge. Und... Okay, ist down. Wir sind 1 gegen 1. Komm schon. Geh down. Komm schon. Let's go. Ippischer Sieg. Nur mit dem Battle Bus. Leute, was war das für eine kranke Runde, bitte? Wer hätte gedacht, dass wir mit dem Battle Bus die Runde gewinnen? Wer hat es in die Kommentare geschrieben? Meldet euch jetzt. Ihr habt, ehrlich gesagt, gar nichts gewonnen. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin einfach der Busfahrer des Monats geworden. Wenn ihr das nächste Mal im Battle Bus dran seid, dankt mir gerne. Haut rein. Bis zum nächsten Video.